Herzlich Willkommen bei Gravities Plus. Auch 2019 steht das Thema Smart Home ganz hoch im Kurs. Und passend dazu möchte ich euch heute ein neues Produkt aus dem Hause Nanoleaf präsentieren. Das Nanoleaf Canvas Smarter Kit. Und was in dieser kleinen Box alles drin ist, das zeige ich euch jetzt. Das Nanoleaf Canvas ist ein dekoratives Beleuchtungssystem und kommt wie immer in der für Nanoleaf typischen recycelbaren Verpackung daher. Schauen, was wir Schönes drin haben. Als erstes natürlich die Windows-Anleitung und hier das Netzteil mit zwei Adaptern, wie ihr sehen könnt. Hier die Lichtquadrate. Davon haben wir insgesamt acht Stück. Plus eins, nämlich das mit dem Control Panel. Und hier haben wir Klebestreifen zur Befestigung an glatten Oberflächen. Also kein Bohren notwendig. Schließlich, damit die Teile auch zusammengeschoben werden können, haben wir hier die entsprechenden Sticks. Das Tolle an diesem Produkt ist, dass ihr die Lichtquadrate kinderleicht zu einem beliebigen Layout zusammensetzen könnt. Und zwar hier auf der Rückseite ganz einfach reingeschoben. Die Verbindung ist hergestellt, umgedreht und zack, zusammengesteckt. Und jetzt setze ich euch aus den übrigen Teilen ein schönes Layout zusammen. So, ich hab's aufgebaut. Das hier ist mein Design. Ich hoffe, es gefällt euch. Natürlich gibt's hier im Handbuch noch jede Menge andere Designinspirationen. Je nachdem, wie viele Lichtquadrate ihr eingekauft habt. So, jetzt schließen wir das Control Panel an die Stromversorgung an. Tadaa! Es werde Licht. Die Bedienung ist ganz einfach. Hier natürlich Power On Off. Plus Minus ist für die Intensität der Helligkeit. Die Color Scenes, dort sind alle Lichtprogramme eingespeichert, die ihr selber programmiert habt. In den Shuffle Scenes könnt ihr abrufen, was andere User für Lichteffekte programmiert haben. Also habt quasi Zugriff auf tausende von Lichtsequenzen. Und die Next Rhythm Scenes meint, dass ihr eure Musik abspielen könnt und das Control Panel reagiert auf die Sounds. Canvas lässt sich wie üblich mit der Nanoleaf-App bzw. alternativ für die Apple-User auch mit der Home-App verbinden. Das Ganze erfolgt über das heimische WLAN-Netz. Hierüber lassen sich dann bis zu 16 Millionen verschiedene Farben individuell einstellen. Darüber hinaus gibt es ein dimmbares Weißlicht. Auch eigene Szenen können kreiert werden. Besonders clever, es können sogar eigene automatisierte Zeitpläne erstellt werden, sodass Canvas genau dann aktiviert wird, wenn ihr es haben wollt. Besonderes Highlight, über die App können Touch-Befehle personalisiert werden. Das System reagiert also nicht nur über die App, sondern auch über Berührungen. Kommen wir zu meinem Fazit. Mit dem Nanoleaf Canvas Smarter Kit erhaltet ihr ein innovatives Beleuchtungssystem, das nicht nur gut aussieht, sondern mit seinen intelligenten Funktionen auch ein besonderes Ambient in eure vier Wände zaubert. Habt ihr die Touch-Funktion einmal mit der App aktiviert, könnt ihr das System später problemlos mit der Hand steuern. Canvas ist kompatibel mit dem Apple Home Kit, Amazon Alexa, Google Assistants und IFTTT. Das heißt, ihr könnt die Farbsequenzen auch mit eurer Stimme aktivieren. Wem die neuen Panels nicht ausreichen, es können sage und schreibe bis zu 500 Panels miteinander verbunden werden. Legt euch einfach die Erweiterungspakete zu. Tja, ich sag nur, schaut bei uns vorbei im Gravis Store oder unter gravis.de. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Outro